scheiße ich glaube er ist tot der letzte ach so sag mal was für diesen verdammten dingen wird nichts übrig sein wenn die fertig sind sag es ja nie was also ich stimme sali zu was er da sagt von diesem verdammten dinge mit nichts mehr übrig sein wenn sie fertig sind ja außer du greifst ein außer ich greife ein ja das musst du dann aber auch tun ich bin dabei ja wenn ich auch volle erwartungen so der typ kriegt jetzt auch noch ja ja da unten scheiße sind aber jetzt wieder neue ja super wer schreit da die ganze zeit ja weil das weh tut dabei trifft die immer nur das mauerwerk ja meinst du nicht dass das trotzdem weh tut so scheiße glaubt ihn dass er will ist immer noch da oder war der schon da ach man muss ja noch nicht mal meinen kopfschutz machen okay dragon gewehr ja wir müssen da jetzt lang ich glaube ich nehme mir aber wieder die ak haben wir ja so schön munition für gesammelt und jetzt geht es hier scheiße das war irgendwie klar warum hast du da nichts gesagt wenn es klar war weil ich ja nichts vorweg nehmen wollte ja klar sicher ja oh fuck genauso wie das das war auch klar mhm hey und jetzt da sehe ich ja schon was und weg ist er wir müssen leise sein was verstehst du unter leise das und nichts anderes oh ein super tier so headshot und da oben pass auf okay die gehen ja noch aber später werden wir immer härter ja da hilft auch wirklich nur ach super da kommt der nächste an die gamle dann nehmen sie die mal her die unmenschen die züchten die im gewächshaus ja wird mich noch nicht mal mehr wundern wie adolf der hat auch seine aria gezüchtet ja bestimmt wird mir da gerade ein bisschen zu heiß um ehrlich zu sein ach guck mal da war ein Schatz nee nein das war kein Schatz oder eine Vase zumindest nein das war auch keine Vase das war nur ein Ding ein Tank voller so jetzt hab ich dich jetzt hab ich dich jetzt hab ich dich so und schnell wieder in Deckung Gas war das so wofür hab ich jetzt eine Trophäe gekriegt für schlechte Zielen oder was Bombenwerfer-Experte da ist die Trophäe scheiße 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 das wird nicht gut enden Leute ach nein 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 na komm du oh oh Mann Popo Mann so Popo Mann ja so sagt man das in harten Gangster-Rapper-Kreisen weißt du ja kann ich mir bildhaft vorstellen die ganzen Gangster so Popo Mann ganz bestimmt oh das war ja nur hier der Transporter war's nennt sich auch äh Cutter gut da vorne ist der Turm da müssen wir hin so und hier hoch geht doch und nun sind wir am Turm angelangt war natürlich sehr aufschlussreich der Tipp ja jetzt kommt's gerechte Schuppen ich wusste dass das zu einfach wäre vor tausend Jahren war das kein Lagerraum nein 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 Mann wir übersehen etwas hey warte doch mal die Statuen siehst du eine Hand oben eine unten ja sieh mal oben unten es ist dasselbe Thema wieder und wieder also eine weitere Brotkome auf dem Weg es sieht fast so aus das Teleskop ja klar ok wonach suchen wir ok da oben haben wir Soldaten abgebildet mit Schwertern und ein Stern mit einem Kreuz drin ja hast du schön erkannt hat das was damit zu tun vielleicht hey muss man sich da drauf stellen und dann suchen ja dann muss es etwas mit dem Schloss selbst zu tun haben eine Art Zeichen oder Symbol mal das Ganze sieht aus wie Mund 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 ja fällt mir gerade auf wie wahr ein bisschen so wie ein Minecraft-Gesicht ja da aha wie unten so oben ja das war ich hab mir das gerade ich wusste das nicht mehr aber ich hab mir das gedacht wie früher in Kunst ne die Linien führt nach unten hier ja das muss es sein ok gehen wir rüber und sehen es uns an ja unterwegs treffen wir Sally und Chloe sie sind da drüben shit ach super komm schon Charlie wir können hier nicht bleiben wir müssen weg ja Sally hat sich jetzt auch so ein Ding geschnappt die Granate scheiße das war nicht mehr rechtzeitig genug weil man kann die Granaten nämlich auch wegschmeißen ich hab's gesehen vorne ist wieder so ein Supertier so ein Unmensch ich weiß gar nicht ob das überhaupt was bringt wenn man von hier ausschießt keine Ahnung siehst ja wie die Dinger hier streuen keine Schauung 1 a treffer 1 a treffer kann man hier vielleicht runter ja stirb du Bastard stirb du Bastard viel Spaß damit nein das ist natürlich nicht so gut ne ok da hat es sie nicht sein sollen ui er soll aber nicht auf uns schießen ne nein Würger ohu scheiße 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 fuck zum Glück wartet der andere höflich ab ja so macht man das natürlich so gehört sich's doch genau so gehört sich das wenigstens sind die nett und freundlich ja das ist ne Pussy wieso weil er wieder mit Laserpeuter gezielt hat achso ja klar ja so der nächste bitte auf die Fresse also jetzt nein 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 glaub die mit den Sonnenbrillen die sind etwas besser wir sind zu zweit oh ja da ist auch super zu verstecken alter sie verarschen ok ok sorry kümmert sich schon drum keine Scharfschützen mehr im Turm wir können die Säulen vom Turm aus erreichen wo waren die Säulen nochmal? äh links da da ok 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 dumme Idee hast du schon mal eine Treppe hochgerollt? ja mach ich immer ah geht schneller natürlich du etwa nicht? mir ist das zu uncool weißt du? in ein paar Jahren machen das alle achso das wird einmal Trend sein ja schön dass ihr ok seid gleichfalls dann wenn das alle machen mache ich das nicht mehr ja da da oben lag ein Schatz glaube ich ok der Eingang zur Gruft sollte irgendwo hier sein und? was sagt der gute Lawrence dazu? die Gruft weiter kam er nicht und wir sollen es schaffen symbolisch ist ein Eingang durch zwei Säulen gekennzeichnet toll welche? und ein Eingang zu was? naja zu einem anderen Reich einem Heiligtum einer Opferstätte so das hört sich spaßig an vielleicht kann man hier irgendwo drauf drücken irgendwas rein drücken ja muss man gucken oder Nathan berührt einfach gerne Sachen berühren hey vielleicht um die Ecke ja ok ja da kommt Sully aber früh drauf genau puh steht vielleicht was in einem schlauen Buch ne jetzt kommt erstmal eine Filmsequenz ja nein was hat er denn da am Hals geben sie sie mir etwas im Hals ja habe ich bereits gerade erwähnt habe ich nicht zugehört das Tagebuch vielleicht ein Giftpfeil danke danke trau niemals Drake wo ist eigentlich Charlie? wer weiß nein 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 wer ist weg? was zur Hölle? hey Charlie bist du ok? hä? was zur Hölle? was zugehört nein 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 oh Mist hui ruhe ich schau mich an Charlie ja los wir müssen jetzt weiter ok? du musst mich los hau bloß ab niemand will dich anfassen Charlie Was zur Hölle war in dem Fall? Dein Gesicht blättert ab. Tja, was auch immer es war, jetzt hat er üble Haar los. Charlie, hör zu... Hey, alles ist gut. Hau ab! Ich lass mich nicht mitnehmen. Hey, niemand nimmt dich irgendwo hin mit. Komm, komm doch einfach mit uns, okay? Ja? Oh nein, der Boden schmilzt. Ja. Wir können nicht bleiben. Ja, hört sich gut an. Wir müssen irgendwie den Grufteingang finden. Toll, wie machen wir das? Charlie hatte eine Spur. Ich weiß nur nicht genau was. Der Zauberstab des Markiers. Oh Mann, ohne sein Tagebuch haben wir nicht weiter. Lass mich nachdenken. Okay, ähm... Hermetisch. Vom griechischen Hermes, was Säule heißt. Ja, das wissen wir schon. Die sieben Säulen der Weisheit? Zwischen Gnade und Härte. Wartet. Wir haben es missverstanden. Es ist nicht der Raum zwischen den Säulen, sondern die mittlere Säule. Balance. Was? Das stand in Charlie's Buch. Die Säule der Balance zwischen den beiden Extremen. Zwischen Schwarz und Weiß, Wasser und Feuer, Mann und Frau. Der Mittelweg. Der Mittelweg. Und jetzt? Ja. Der Mittelweg. Der Mittelweg.